Brandneu Games im November. Hi, mein Name ist Rex und wenn euch Gaming-Content gefällt, dann schaut doch gerne auf meinen Kanal vorbei. Bereits am 1. November erschien Song of Nunu, A League of Legends Story. Oje, ich hoffe ich spreche den Namen richtig aus. Hier begleitet ihr nämlich Nunu und Willump auf ihre Reise durch die kalte Wildnis. Es ist eine Geschichte über Freundschaft, Familie und Magie, die in einer gefährlichen Welt spielt. Das ist das perfekte Spiel jetzt für die Winter-Saison. Das nächste Spiel ist vor allem für Cozy Gamer interessant. Am 2. November erschien Chicken Journey. In dem süßen 2D-Puzzle-Plattformer müsst ihr versuchen herauszufinden, was zuerst da war. Das Huhn oder das Ei? Das Spiel hört sich auf jeden Fall sehr witzig an und vor allem vielversprechend. Auch das nächste Spiel ist eher ein Cozy Game und wurde ebenfalls am 2. November veröffentlicht. Fashion Dreamer. Hier taucht ihr in die Welt der Mode ein. Das Spiel erklärt sich basically von alleine, aber um es kurz zusammenzufassen, ihr müsst euren einzigartigen Stil mit der Welt teilen, um ein berühmter Mode-Influencer zu werden. Das war's für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über ein Like.